Was ist die Region für den Landkreis Gotha? Die Region mit hinzu, jetzt auch mit für den UNESCO Global Geopark, drei Gleichen. Das ist der Bereich des touristischen Inmarketings, Produktentwicklung, die Kommunikation untereinander vom Betrieb bis hin in die Touristinformation und die Kooperation mit allen möglichen und denkbaren Thüringer touristischen Institutionen, Behörden natürlich auch. Ja, das war am 1. Mai in diesem Jahr in aller Stille begangen, Corona-bedingt, keine Festveranstaltung, keine Feier. Ja, selbst wenn wir es getan hätten oder im Nachgang groß zelebrieren würden, hätte ich es auch als etwas deplatziert empfunden, weil es unter den Bedingungen in unserer Branche eigentlich momentan wenig zu feiern gibt. Ja, ganz stolz auf den Relange und auf die Zeit, wie wir sie jetzt entwickelt haben. Und das war im Grunde, ich sage jetzt mal, die Corona-Beschäftigung von meiner Kollegin und mir seit Herbst letzten Jahres. Im Juni haben wir die neue Seite freischalten können. Wir sind sehr stolz drauf. Wir haben im Grunde alles das, was wir an vorangegangenen Informationen und Veröffentlichungen haben über den Landkreis, über die einzelnen Akteure, wirklich nochmal neu aufgerollt und haben selbst viel dabei gelernt. Es ist vieles neu hinzugekommen. Sie ist noch nicht vollständig, die Seite. Sie ist nicht perfekt, noch nicht. Sie wird wahrscheinlich nie wirklich perfekt sein. Aber ich denke, wir haben im Thüringen-Vergleich auf alle Fälle, konnten wir eine Internetpräsentation vorlegen, an der man sich durchaus messen kann. Und das hören wir auch von außerhalb. Kann man fast noch nicht allzu viel dazu sagen. Die Hotels, die wir haben, sind alle geöffnet. Zur Gastronomie kann ich wenig sagen. Momentan die Buchung sehr gut. Nach wie vor profitiert der Deutschlandtourismus auch von Corona oder den Spätfolgen, Nachfolgen, vielleicht noch längerer Zeitdauer von Corona. Aber alle arbeiten eben natürlich am Limit. Es gibt in den Betrieben wie fast überall das Problem Personal für die Gäste, die jetzt alle da sind, ausreichend Personal zu haben. Und es hat sich bei allen so diese Erfahrung eigentlich eingeschlichen, vielleicht schon manchmal festgesetzt, wer weiß, wie lange. Ja, also man plant, aber es gibt nicht wirklich eine Planungssicherheit und die kann auch keiner geben. Also die Stadt profitiert, das haben ja auch die Kollegen gesagt, von der Kulturstadt GmbH profitiert von der Buga. Das merkt man an der hohen Zahl der Stadtführungen, der Interesse an den Stadtführungen, auch die Hotellerie. Die Gotha Hotels in erster Linie sagen auch, dass sich die Buga positiv auf die Belegung ausübt, wirkt. Dass es wenig Schließung geben wird, dass wenige aufgeben müssen, auch aus objektiven Gründen. Dass wir keine verödete Innenstädte haben, bis hin natürlich auch zu den einzelnen Gemeinden. Und dass eben alles möglichst offen bleibt, vorbehaltlich der hygienischen Maßnahmen, die mit Sicherheit auch bestehen bleiben. Und natürlich, was die touristische Frequentierung von unserem Landkreis anbelangt, dass es Nachwirkungen haben wird, positive Nachwirkungen, weil wir im letzten Jahr schon gesehen haben, dass also Gäste kommen aus Teilen Deutschlands, aus Österreich, aus der Schweiz, aus Dänemark, die sonst nicht gekommen wären. Also Thüringen hat immer ein bisschen das Schicksal, wir liegen mittendrin und fast immer auf der Strecke, wo man durchfährt, aber wo man weniger anhält und verweilt. Und das haben wir ja auch an den Zahlen von Übernachtungszahlen, Gästeankünften 2020 gesehen. Wie überraschend das letztendlich gewesen ist, obwohl nur fünfeinhalb Monate die Häuser geöffnet waren und die Beherbergung. Ja, das ist eine Aktion für die Flutopfer. Das ist eine Art Flutopferhilfe, speziell für den Landkreis Ahrweiler, auf den ich mich fokussiert habe. Wo Hoteliers Übernachtungen inklusive Heilpension den am meisten betroffenen Flutopfern zur Verfügung stellen. Der Kooperationspartner für uns, das ist über uns gelaufen, organisiert worden, ist der DEHOGA Rheinland-Pfalz. Es haben sich sehr viele Hotels aus dem Landkreis Gotha daran beteiligt, großzügige Gutscheine gespendet, in der Regel vier Übernachtungen, Halbpension. Manche haben fünf, es gibt Häuser, die haben zehn Gutscheine für zwei Personen oder zwei plus Kinder gespendet. Und es gab auch von Anfang an, ja klar helfen wir, als die Anfrage gekommen ist. Was besonders schön war und wo ich dann gemerkt habe, okay, das nimmt dann eine andere Dimension auch an, war, dass ich die komplette Ahrhorn-Hotelgruppe, das Berghotel gehört ja dazu, dass sich alle sechs Häuser in Deutschland daran beteiligt haben und auch sehr großzügig die Spenden gemacht haben. Es sind ja mehrheitlich Familienhotels und mit einer Ausnahme sind es alles Familienhotels. Panorama gehört in Thüringen noch mit dazu, in Oberhof. Und am Dienstag habe ich dem unsere 85 Gutscheine für so knapp 300 Personen gedacht, dem Präsidenten des Dehoga in Rheinland-Pfalz übergeben. Ja, und ein riesengroßes Dankeschön vom Dehoga. Die organisieren das dann auch vor Ort und erstatten regelmäßig Bericht. Also wer sich darüber informieren möchte, der klickt mal, das ist auch jetzt Eigenwerbung, auf www.tourismus-thüringer-wald.de. Da ist nochmal alles ausgeschrieben. Das ist eine Aktion, die wir gemeinsam mit dem Landkreis Gotha, mit Oskar am Freitag gestartet haben, um mal ein ganz reiches Bildmaterial von den Hobbyfotografen, auch Profifotografen, die zusammenstellen können, um mal die hundertjährige Geschichte des Landkreises Gotha nachzuzeichnen. Denn unser Verband ist ja ein Partner des Landkreises Gotha, des Landratsamtes, zur Vorbereitung dieses Jubiläums im nächsten Jahr. Und dieser Wettbewerb ist ein Bestandteil von dem, der eigentlich Licht- und Schattenseiten, Erfolge, Katastrophen, besondere Details, besondere Persönlichkeiten, die wir mal im Bild zusammen präsentiert haben wollen und die dann auch genutzt werden können. Foto mit dem Motiv haarner Höhe. So Ackerschollenfoto mehr. Und Obstbau. Ja, wir haben ja im letzten Jahr den Dreihenschlag absagen müssen, aus bekannten Gründen. Er hätte ja im August 2020 stattfinden müssen. War im Grunde auch alles vorbereitet, die Tickets weitgehend verkauft, großes Interesse. Dann, wie gesagt, leider im März haben wir den abgesagt, im März 2020. Und nun haben wir uns auf den Termin, wir hatten auch damals gesagt, wir halten den Turnusabstand drei Jahre, weil wir auch von den Gästen gefragt wurden, gilt es dann für 2021. Aber da war klar, dass wir noch gar nicht planen können, damals für 2021. Und haben uns entschieden, wie gesagt, er wird dann 2023 stattfinden, exakt am 19. August. Also der Dreihenschlag, der Sonnabend, wo die Thüringen-Philharmonie wieder auf Gut Ringenhofen ein Konzert geben wird. Und dann die große Pyro-Show über den drei Gleichen. Ich habe im Vorfeld auch den Pyrotechniker angerufen, der das in den letzten Jahren gemacht hat, weil er das ja auch freiberuflich macht, um einfach zu fragen, gibt es dich denn noch? Und wir wollen das dann und dann machen. Und ja, es gibt die noch, also sehr erfahren mit den Burgen. Ganz ehrlich, über das Dilemma, was jetzt in Afghanistan abgeht. Über meinen properen Enkelsohn. Der Dreihenschlag